Hallo, der Tonangeber 24 ist da, diesmal mit dem, wie versprochen, zweiten Teil zum kompakten Thema Filmmusikkomponisten. Und wenn man so ein Thema anpackt, darf natürlich Henry Mancini und der rosa-rote Panther, der Pink Panther, nicht fehlen. Man kann so eine Sendung natürlich nicht auf die Beine stellen, ohne auch den großen Ennio Morricone zu haben. Seid also nicht überrascht, wenn es hin und wieder ein bisschen Mondharmonika auf die Ohren gibt. Was die Charts anbelangt, hatte ich es diesmal im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen mit der akustischen Achse des Bösen zu tun. Denn sowohl die Cappuccinos als auch die Amigos sind diesmal auf mich losgegangen. Das alles und mehr im neuesten Tonangeber, natürlich auf Massengeschmack TV, das Ganze in HD und natürlich auch als Podcast. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.